Senor Laporta, warum haben Sie uns hier angerufen? Ich möchte euch unsere neue, weltbesten Stürmer-Duo vorstellen. Dann beeilen Sie sich mal ein bisschen, weil Agüero seinen Kündigungsvertrag gleich unterstellt. Ich lese mir gerade noch alles durch. Fernando Chilli, komm gleich online, Alter. Glaub mir, Chico. Wenn Agüero die beiden gleich sieht, der wird diesen Kündigungsvertrag zerreißen. Oh, Chico, vielleicht hat der Haaland und Mbappé gekauft, Alter. Hermanito, von welchem Geld? Keine Ahnung, vielleicht hat er bei La Casa de Papel mitgemacht. Sollte das wirklich Haaland und Mbappé sein, bleibe ich. Dann lasst uns kuchen, wer das ist, Chicos. Ok, Senor Laporta, wir sind bereit. Vale. Komm dran, Chicos? Ja, hi. Hallo, seri Jesus. Komm dran, Chicos. Ich glaube, die Feierdut. Ja.